Und da sind wir auch wieder, es geht weiter, hier sind die Medics. Wie viele habe ich eigentlich noch? Ich habe 50 AP. Hey, mein Messer! Du wirst, wenn dir das Burger-Tanks halt anmachen. Das ist Hambus-Messer, Alter, du, kleine, miese. Ja, noch heilen und klutschen hier, oder was? Ne, wieso? Ich habe nur geheilt, da kriege ich nur Heilpunkte hier. Sind nur neidisch, die, weil ich schon mal vorher geheilt habe, die Punkte nachher abzuharen davon. Ja, Punkt-Macker, Alter. So, ich habe meinen Medics natürlich nicht verbrochen, ich habe keinen Medics genommen, und nix, weil ich auch meine 50% noch habe. Ich habe auch meine 50%! Also, du musst aber einen Medics genommen haben, weil du vorher gestorben bist. Also, hast du deins genommen. Und was willst du, Alter? Wie stink ich, wenn du, wenn du so geht. Geh vor, noch ein Tor, noch ein Ding, Nasenring, Alter. Jetzt hör doch mal auf, Alter, sonst, wenn ich... Lass mich! Lass mich! Aua! So, was? Rot auch noch? Da, bist auch rot. Jetzt überquitt. Ja. Du hast angefangen hier. Ja, und du hast mir gleich rot geschossen. Ich habe dir nur einmal angekratzt mit einem Katana. Ich habe die Katana, sonst sind scheiße hier. Ja, 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 so kann es gehen, ne? Der Rambo stinkig ist, wenn er mal drauf geht. Ja, 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 ja. Dann kommt gleich seine vulgären Sprüche wieder. Aua! Da muss ich mich immer so komplett zu doll veröhlen, ey. Komm, wenn ich konzentrieren, weil ich lachen musste. Steht dir recht. Nein, hast du dir nicht getan. Das ist eine Einbildung. Meinst du? Ja. Sturm! Zusammenbleiben! Wir sind wach! Ab'n' Schocker! Die Viecher sind doch lächerlich! Echt? Lächerlich? Die Viecher sind doch lächerlich, sagt er. Ist hier die Finalrunde? Ich glaub' ja, ne? Ja, stimmt, hier ist die Finalrunde. Hilfe nach! Ich verteile euch! Jetzt geht's ab hier! Schocki! Schocki! Echt! Na ja, Terror hier hochsehen, hier kann man nicht kämpfen! Haben wir jemals hier draufgestanden? Ich glaub' nicht, ich hab' immer einen anderen Punkt genommen, glaube ich. Senkt! Alter, ihr sind Dreckzombies! Ich muss mich verarzten! Ich muss mich verarzten! Wo ist der? Er ja draußen! Na ja, ich hab' da ordentlich ne Molly in, 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 wasser. Äh, bringt nichts! Frechsspanger! Halt Leute! Muss mich verabschieden! Nein, musst du nicht! Ich muss deine Fähne nehmen! Ja, dann mach' das doch! Ich warte hier! Bis er mal in Sichtweite ist! Der kommt hoch! Ne, ne? Ja, er trifft mich durch'n Pfeiler hier durch! Was für ein Bug, ey! Ich steh' hinterm Pfeiler und er trifft mich! Jetzt komm' her, hier! Schnauze voll mit dir, du Dreckstank! Du Dreckstank hier! Du bist ja echt'n Dreckstank hier! Du bist ja im Bug! Ich will nicht gedeckt werden! Sei'n Jungfrau! Jungfrau, bist doch nicht mehr Jungfrau! Meine Arsch ist Jungfrau! Was dabbelst du denn? Kanta! Was will der denn, Alter?! Komm, dreh' dich um, spring' dir auf mich zu, wie ein Wahnsinniger! Ey, das ist echt' die Schwierigste hier! Überhaupt! Dann wird's auch hier oben drauf! Schnauze voll hier! Alter, grad noch runtergeschossen, wo du runtergefallen bist! Oh, unser Kuscheltank oder was? Ja, der letzte! Du musst jetzt überleben, jetzt können wir es schaffen, ne? Man, es kommt noch ein verkackter Zombie her. Hier verstell ich mich nicht, der kann da durchwerfen. Durch die Dinger kann er durchwerfen hier. Nein, nein! 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 Sagte er. Ey, der war aufruf.. Ich hab mich auch vorfruf.. vorfruf... vorfruf.. 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 vorfruf! Boah! Ist auch passender. Alter, hab mich fast wieder durchgetroffen durch den Ding ey! ja so jetzt aber schnell kommt da keine pipe nix mehr alter jetzt müssen wir nur auf dieses gammelboot warten und dann haben wir es geschafft wir kommen du paddelboot wo fängt der spaß an los kommt 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 nicht auf mich bitte nicht auf mich ich bin drauf alter tank war bei uns irgendwo was soll ich denn machen kann ich gemütlich kannst du im video sehen wochen gut aber geil hat diesmal leider nicht über die smoker ist ja auch extrem oder tank auf dem boot mit raus springt ich bin nur ausgewichen weil der den den coach hat auch untergeballert vom boot na siehst du mal gucken die punkte das geht auch nicht um machen es ist immer schon so gewesen abwechselnd immer abwechselnd mit verbündeten wiederbelebt 16 er hat 18 beschützt 20 er genau ist ein messer aber nicht schlechter so und 40 zombies haben wir vernichtet ausgelöscht ich danke euch für's zuschauen und das war's wieder mal mit lab 4 dead 2 bye bye ciao bye bye ciao Bis zum nächsten Mal.